Hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play was los was los ja nix ah ja und ich anfangen ich muss jetzt einfach lachen ja wir können aber nie gescheitene aufnahme anfangen nee es geht einfach nicht also hallo nisch willkommen zurück zu let's play minecraft call of minecraft modern skeletten 3,95 mark 60 wir haben letztes mal den extraktor gebaut und bauen uns jetzt ein bisschen rüber oh ton jawohl wir haben den wir haben jetzt den ton repariert ja das heißt wir wir können jetzt hier wir haben jetzt hier immer schön ton es war nämlich nur ein dings in der in der einstellung einfach konflikt datei jetzt der ton weg jetzt wieder an okay das haben die irgendwann mal ich würde auch gerne mal mit schädel auch anfangen ja nicht aber mit zaubern anfangen einfach mal so und dann was soll ich brauche papier haben wir noch irgendwo ist es ist ja gewachsen wir müssen das gewachsen die situation ich könnte mich entsinnen dass ich diese komische errungenschaft da schon hatte aber naja gut man will ja nicht noch einen neuen start von der neuen alpine also wenn ich immer noch auf localhost ach so du bist ja dann weiß ich auch nicht papier ist so nach seiner sich den ding noch mal neu gestartet habe den den ordner ich weiß auch nicht ich bräuchte papier was habe ich gemacht ist ja 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 auch schon hier oder tauchen wir hierin also ich fange dann mal an zu zaubern mal gucken was da so passiert karpos karpos rübenbrei passiert dir einfach nichts dabei was ja ich habe keine ahnung wie das hier funktioniert ganz ehrlich und hier läuft wieder natürlich die schöne banjo tui musik im hintergrund völlig frei und lizenz berechtigt ist mir eigentlich egal ich mache was ich will ist youtube darf ich machen was ich will äh nix wo draufsteht ist ja was was nix wo draufsteht darf ich machen das können sie vergessen so ich laufe mal hier rüber das ist schon mal eine sache die da drin ist und hin jetzt mal holz dazu oh 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 wir haben jede menge wir haben jede menge ähm harz da das ist nicht drin das ist eigentlich mal zuckerrohr ne komm das lassen wir mal äh gummi ja harz haben wir da mhm ah da ist ja noch zuckerrohr kupferstaub wir müssen wir noch zu kupferbrei oder brau warte mal warte mal ne wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen bronze das heißt wir brauchen zinn sand vielleicht ich guck einfach mal alles durch was wir sagen zinnohre das heißt wir hauen mal zinnohre hierin nein das ist auch nicht drin so das produziert schön hier haben wir ja hier haben wir gut strom hier jawohl haben wir gut strom äh aber was das ist was ist hier? aha nix ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden das ist jetzt schon äh äh ne einige zeit her und Marcel ist es warm bei dir? ja es ist warm bei mir nicht ach sehr schön ja ne und ist es bei euch auch warm? schreibt es mir mal in die kommentare ja würd mir gerade mal wissen so da ist sowas drin ich bin oh 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 da ist die Schaufel im Arsch Alumentum was ist das denn? keine Ahnung oh 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 wir wollten ja Diamantos herstellen stimmt wir wollten ja Diamantos herstellen warum wollen wir Diamanten herstellen? über Kohle doch nicht doch doch äh das verbraucht viel zu viel Kohle nö nö nur ein Stack ja für einen ja und? ja ich brauche auch vier Kohle wir haben ja zu wenig Kohle ja zwei Stacks toll da haben wir zwei Diamanten und haben keine Kohle mehr ja jetzt werde ich schon wieder diskriminiert ja ist so dann nehmen wir lieber äh diese acht Gold da die wir da haben und dann haben wir auch ähm ja aber Gold haben wir weniger wie Kohle ja können wir trotzdem nur zwei aber das Bein kriegen wir nur zwei also bringt's nix dann gehe ich in die Mine und farme Kohle ist schneller gefarmt wie Eisen was könnten wir da noch äh äh wie Gold ich betreibe mal ein bisschen Landschaftsgärtnerei ne wenn's dir nix ausmacht kann ich mir mal ein bisschen Tinten ne oder warte mal ähm naja kannst du ruhig rausnehmen was ist hier noch ähm so wir haben doch sicher irgendwo Kies ne wir haben doch sicher irgendwo Kies hier rumliegen haben wir Kies jetzt nehmen wir mal hier so so die die was ja grad gebraten wurde ich mach den Kies 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 im Schonenschein oh 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 da na gut ist nicht bis drin im Hintergrund äh sinkt grad der der Frauenchor hier ein bisschen auf ne also nicht wundern die hab ich hier im Keller eingesperrt äh das ist schön äh die werden natürlich bezahlt also die werden nicht gegen ihren Willen festgehalten hm was könnte das sein ja ein Frauenchor nein ich mein was ist die was dir fehlt achso vielleicht ist der Käsekuchen ja das kann sein hast du einen Käsekuchen? äh äh ne wir müssen wir das zusammenbauen schade vielleicht fühle ich mal hier im August kommt wieder äh Call of Duty von Marcel oh sehr schön das macht ihm aber keinen Spaß mehr sagt er ja ja weil er schlechter ist wie ich anscheinend weil ich nämlich gut was hinkrieg ach Feuer okay Alumentum gut Marcel ich weiß jetzt auch wie man äh hier Dingens machen kann äh wie man sich Hex installieren könnte 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 warum willst du Hex können? ne ne ich mein nur dass das ist total einfach ist Alumentum und zwar brauchst du dafür nämlich nur ne CFW Alumentum yeah was? ne Kostum Firmware für für die Ding also es ist die Firmware von von der Playstation nur halt eben dass du machen kannst was du willst aha ja das ist so wie Jailbreak beim iPhone kann man das vergleichen dann mach's halt damit kannst du ja das geht ja nicht gibt's nur für die 355 und auf der aktuellen Version kann man nur cheaten wenn man es irgendwie hinbekommt dass man äh dem PSN vorgauke das ist eben die vier die aktuelle Version ist irgendwie gibt's da so ein paar so ein paar Tricks äh ja Kies haben wir keinen mehr stimmt übrigens auch gar nicht in der Kiste so ich reiß hier mal noch ein bisschen munter was weg ne ich glaub das Gezinnärzt ist genug gekocht jetzt oder die zerkleinert also das ist erst mal nicht äh notwendig was was ich da jetzt erforscht hab Jupp der Drehsch erschmeizt haben wir hier Zinn stob Ui Gummi haben wir sehr viel ausgezeichnet gib mir mal ich brauch mal ne mir mal also ich hab da noch warte mal ich tu ja hier um zu erforschen ich guck mal was da so rauskommt nichts ist auch schön Kommen wir mal mit dem an. Was ist los? Kaputt? Warum geht mein Schwett kaputt? LOL. Es ist kaputt. PVP ist aus. Das kann nicht kaputt gehen. Schmeiß weg. Das geht nicht. Wie geht nicht? Kann ich nicht wegschmeißen. Ist nicht mehr vorhanden. Das ist wirklich kaputt, obwohl es nicht kaputt gehen kann. Das ist eigentlich sinnlos. Na ja, auch recht. Ja. Soll mir recht sein. Tugendsten. Oh, ja, ja. Hm, hm, Silber. Ach so, ja, Silber. Oh, ja, alles klar. Hm, hm, ja. Wo war denn das gerade? Was passiert eigentlich, wenn man jetzt das Kies in den Zerkleinerer legt? Will ich mal wissen. Was da jetzt bei rauskommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ähm. Ah, Feuerstein. Das ist ja was Interessantes. Das ist ja mal gut zu wissen. Okay, gut. Also hier haben wir ein bisschen Landschaftsgärtnerei jetzt gemacht. Da unsere Kühe sind noch da. Die erfreuen sich an ihrer engen Beisammenschaft. Ja, und die, 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 ähm, wie heißen sie? Küna. Küna auch. Und die Schafe sind zu wenden. Obst du wusste, was ist das? So, jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir schon, jetzt brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Ey, 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 was habe ich vorgehabt? Ich weiß es nicht. Ich habe ja gar keinen Primärziger. Genau, ich wollte Diamant machen. Ah, Diamant. Ja, aber nicht aus Kohle. Dann hole ich mir meine eigene Kohle, die ich verbaue. Okay, jetzt können wir... Heistig sind erstmal noch zu wenig, weil wir brauchen die ja noch für die Energie. Da können wir Holz genauso verbrennen. Ja, aber Kohle... Warte mal. Oh, es war eine sehr gute Idee, ohne Essen in der Autoppen. Warte mal, warte mal, warte mal, wir können noch... Wir können noch Kohle... So, Kohle herstellen... Moment. Genau, wir stellen Kohle her. Ja, aber warte, warte. Äh, wo ist Kohle? Irgendwo können wir hier Kohle herstellen. Ähm, blablabla. Viel zu viele Seiten, ey. Ja, Kohle, wo ist jetzt Kohle? Hier ist alles nun kein Kohle. Kaffee. Aha. Ach ja, aus Redstone Erz kriegen wir sieben... Sieben Redstone Erz. Eine Kohle oder Holzkohle und den Miniumstein kriegen wir nur sieben Redstone raus. Was ist das für ein sinnloser Handel? Sinnlos. Ah, hier. Aber das ist... Kein Kohle. Du bist hier fast direkt über mir. Das ist schön. Kannst du mir ja mal auf den Kopf spucken. Gino leider nicht. Hehehe. Säurespucke. Ne, Kohle kann man nicht herstellen. Wow. Scheiße. Enderman? Enderman gibt's hier auch. Der Enderman ist gerade durch unser Haus geflogen. Schmeißen raus. Das war jetzt... Komisch. Schlag ihm mit deinem Schwert den Rücken ein. Das ist nicht, da hat man schon, ne? Jo. Ich guck jetzt einfach mal durch. Vielleicht ist es das. Nein. Nein. Ne, das will ich erstmal nicht. Weil hier steht ja obs... Wow 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 Ja, du scheiße. Hab ich jetzt ne Schrecken gekriegt. Was denn? Keine Ahnung. Ich segel hier grad einfach irgendwo runde. Jetzt kommt der scheiß Enderman. Ich hab kein Schwert, nur ne Acht. Mal wieder hoch, es ist nachte. Aber ich kann ja einfach zu meinem Wegpunkt teleportieren ja das ja Enderman verloren was schon schön dass man das jetzt kann dass er mich jetzt in die Lava schub vielen Dank auch mit Dreckvieh ich echt brauch ein Schwert den hau jetzt die Fresse ein der kassiert jetzt ordentlich oh man ich will wissen was das ist zur Not sprecke ich ne mit TNT weg ey ist doch nicht Energie haben wir auch fast na egal nehmen wir mal das so du Mistvieh da hast du kassiert jetzt ich schubt keiner einfach so in die Lava jetzt sind natürlich die 32 Level im Arsch das ist sehr schön ja da richtig toll hab der das gemacht nur weil mich Marcel jetzt nicht Kohle zu Diamanten herstellen lassen wollte ja was dafür hab ich Diamanten gefunden so ganz langsam einen Diamanten gefunden ja ist das schön der gehört jetzt mir ja ja ist das okay Aua ich sterbe in der Wand keine Ahnung Mitor was ist das eigentlich ich glaub das ist das hier ja 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 komm hau ab ah vielleicht brauchen die Licht weil das macht Licht kann ja sein Licht ich baue hier jetzt Kohle ab wer mich auch immer daran hindern will kriegt es mit mir zu tun ja du auch komm tschüss so Kevin ich hab jetzt Nitor was ist das das ist äh Licht also so so ein na gut das brauchen wir nicht kann man als Lichtquelle benutzen das ist so ein schwebendes Licht einfach aber ja ähm brauch ich halt noch einen Kessel hab ich den nicht schon ja ich brauch halt irgendeine Feuerquelle Lava also ein bisschen Lava ja kann ich dir mitbringen hier ist grad genug ja das wär gut aber ich hab kein Eimer doch ich hab ein Wassereimer du machst Wasser raus und nimm ein Eimer mit